Hallo und herzlich willkommen in meinem Musikzimmer zur heutigen Musikstunde. Wir spielen eine Reihe von Weihnachtsliedern. Heute spielen wir We Wish You a Merry Christmas. Ladet euch die Noten runter, drückt sie euch aus und kommt her an die Tasten. Das Lied We Wish You a Merry Christmas, ein traditionelles Weihnachtslied, hat genau 16 Takte. Das sind vier Zeilen und in jeder Zeile stehen vier Takte. Es beginnt mit einem Auftakt, hier mit einem C und wenn ich sage, ich spiele Takt 5 mit Auftakt, dann heißt das, ich beginne in der ersten Zeile mit dem letzten Ton We Wish. Und wenn ich sage, ich spiele ab Takt 9 mit Auftakt, dann ist das der letzte Ton von Takt 8, Good Tidings. Und genauso, wenn ich sage, Takt 13 mit Auftakt, dann ist das die dritte Zeile mit dem letzten Ton We Wish. Beachtet noch, das Lied steht im Dreivierteltakt und vorne steht ein B, also aus jedem Ton H wird ein B. Fangen wir an. Die rechte Hand liegt mit dem Daumen auf dem C. Wir spielen C, F, F, G, F, E, D. Pause. D, G, G, A, G, F, E. Nochmal von vorne. Eins, vier, vier, fünf, vier, drei, zwei, Pause. Eins, vier, vier, fünf, vier, drei, zwei, Pause. Und beim letzten Ton gehe ich mit dem Daumen auf das E. Ich spiele jetzt Auftakt zu Takt 5. Takt 5 beginnt mit einem A, 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 B, A, B, F, Pause. C, C, D, G, E, F, C. Takt 5 beginnt mit einem A. A beachtet, dass der kleine Finger jetzt auf die schwarze Taste B geht. Takt, zwei, eins, eins, zwei, fünf, drei, vier, eins. Auftakt zu Takt 9. F, E, F, E, D, C, G. Nochmal Auftakt zu Takt 9. Eins, vier, 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 drei, drei, vier, drei, zwei, eins. Ich spring jetzt mit dem zweiten Finger zum G. Und spiele die letzte Zeile. A, G, G, F, F, C. Großer Sprung zum tiefen C. C, 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 D, E, E, F. Nochmal Auftakt zur letzten Zeile. Der zweite Finger liegt auf dem G. Zwei, eins, fünf. Großer Sprung. Eins, zwei, fünf, drei, vier. Wenn wir die rechte Hand spielen können, dann spielen wir jetzt die linke Hand. Dabei liegt der kleine Finger auf dem F. F, G, A, B, B, Pause. G, A, H, C, C, Pause. Beachtet, der kleine Finger beginnt mit dem F. Nochmal. Fünf. Und der zweite aufs B. Pause. Der fünfte rückt nach aufs G. A, A, C, C, Pause. Zweite Zeile. A, A. Schwarze Taste. C, D, D, Pause. Achtung. Zweiter Finger auf B, G, C, F. Nochmal die zweite Zeile. Der vierte Finger liegt auf A. Drei, zwei, eins, eins. Pause. Zwei, vier, eins, fünf. Die dritte Zeile. Ein Doppelgriff. Dritter Finger auf A, Daumen auf C. G, A, H, Pause. Nochmal die dritte Zeile. Drei, eins, vier, eins, vier, drei, zwei, Pause. Und dritter Finger geht aufs E. Die letzte Zeile. Ohne Auftakt. F, E, D, C, zwei, drei. Spruch aufs B. G, C, F, A. Die letzte Zeile. Zweiter Finger auf F. Zwei, drei, vier, fünf. F, B, zwei, vier, eins, fünf, drei. Spielt jetzt jede Hand für euch. Allein die zwei bis drei Mal. Wenn ihr soweit seid, schaltet auf weiter. Wir spielen beide Hände miteinander. Die erste Zeile. Der Daumen rechts liegt auf C, der kleine Finger links auf dem F. F, C, F. Zweiter Finger auf B, B, Daumen rückt nach rechts. Ich spiele direkt die zweite Zeile. Vierter Finger auf A und links vierter Finger auch auf A. E, A, B, A, B, DM, F, B, Z, Z, Zwei. C, C, links, B, A, B, Z, Zwei. Die dritte Zeile. Links A, C mit 3, 1, rechts der vierte Finger. Links G und C. A, das B ist aufgelöst, C. Und ich spiele die vierte Linie, der dritte Finger liegt auf dem A, links der zweite auf F. C, Sprung zum C1, linke Hand, im zweiten zum B. Prima, wenn ihr bis dahin durchgehalten habt. Ich spiele jetzt für euch nochmal das Stück mit zwei Händen in langsamem Tempo. Ich spiele jetzt für euch nochmal das Stück mit zwei Händen in langsamem Tempo. Ich spiele jetzt für euch nochmal das Stück mit zwei Händen in langsamem Tempo. Ich spiele jetzt für euch nochmal das Stück mit zwei Händen in langsamen Tempo. Hallo, ich wünsche euch Happy Playing mit dem Weihnachtslied We Wish You a Merry Christmas und sage für heute Tschüss, bis zum nächsten Mal.